hallo alle zusammen bei mir gibt es heute eine kleine planänderung eigentlich hatte ich geplant diese woche endlich mal wieder ein versprochenes mw 100 werkzeugkisten video zu drehen aber mir ist etwas dazwischen gekommen ich befinde mich gerade zusammen mit meinem autotrailer auf dem weg nach hessen wo ich einen neuen bus abholen werde eine neue anschaffung da seht ihr gleich mehr vor ich habe also echten 206d gekauft einen guten alten hanomag ist eigentlich mercedes aber hanomag mercedes ist alles dasselbe das ding ist definitiv hat definitiv most of the qualitäten nur was ich damit macht weiß selber nicht so genau das wird sich jetzt im laufe des jahres zeigen erstmal das ding heim bringen und mal gucken wie so die grundsubstanz aussieht wie gesagt das ganz erinnert mich sehr an die moskotter geschichte ich hoffe dass der bus auch genauso zuverlässig sein mit dieser moskotter einst war werden wir sehen hier kann man noch lesen 206d ja leichte rost ansätze ein original getreuer innenraum mit eigenem feuchttur und biotop ich denke da lässt sich einiges draus machen genug platz zum verwirklichen aller träume hat er auf jeden fall so bringen wir das ding erstmal heim so der 206er ist eigentlich zu hause angekommen also noch nicht bei mir in der werkstatt aber jetzt erst mal zwecks einer grundreinigung mal direkt bei mir in bamboe ist es eigentlich zu hause angekommen schauen wir mal was das gute stück so hergibt die nächsten tage das ist der järger